Wechsels hat wieder ein neues Feature gelauncht, den Mockup Editor. Was ist es genau, das sehen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video wollen wir uns den Wechsels Mockup Editor mal genauer anschauen. Was ist das genau, was ist Wechsels überhaupt für ein Service, wenn ihr das alles überhaupt nicht sagt, kein Problem, klären wir in diesem Video. Mein Kanal dreht sich komplett um das Universum Print on Demand und wie du damit eben Geld im Internet verdienen kannst. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, welche Modelle auch jetzt noch super gut funktionieren, dann klick du einfach auf die Infokarte, dort kannst du ein bisschen tiefer in das Thema reinhören. Heute soll es mal um die Firma Wechsels gehen. Wechsels ist eine Grafikressource für alle, die eben im Print on Demand Bereich tätig sind. Dort findest du ganz tolle Grafiken zu verschiedenen Bereichen, zu verschiedenen Nischen. Du kannst auch dir selbst Designs machen lassen, die dann erstmal exklusiv für dich sind, aber nachher auch auf dem Wechsels Marktplatz zu finden sind. Meiner Meinung nach ein super Service für alle, die im Print on Demand einfach eine Grafikressource suchen. Aber Vorsicht Wechsels hat bestimmte Lizenzbestimmungen und du darfst die Grafiken, die du da verwendest, eben nur so lange nehmen, wie du auch deren Abo abschließt. Deshalb gibt es einen coolen Lifetime Deal, den du unter dem Video auch findest. Dort gibt es übrigens noch ein kleines Grafikpaket gratis obendrauf. Als kleines Dankeschön, wenn du über den Link kaufen solltest. Wir haben zwei Optionen. Einmal die kleine Option für 550 Dollar und die große Option für 1500 Dollar. Und wenn du so normal, sage ich mal, im T-Shirt Business unterwegs bist, dann reicht eigentlich der 550er Deal. Dann hast du einen Lifetime-Zugang zuwechselst und kannst dir quasi für immer dort die Sachen runterladen, alle Features, die neuen Features auch mitnutzen und hast eben nicht diesen Lizenzstress, den du hast, wenn du eben nur das Abo dann nimmst und dann musst du nachher eigentlich alle Grafiken entfernen, wenn du das Abo halt dann nicht mehr hast. Das ist schon eine coole Sache. Soviel zu Wechsels. Jetzt schauen wir uns aber den Mockup-Editor an. Ich würde sagen, wir switchen direkt rüber. So, da sind wir schon auf der Seite Wechsels und wir gehen mal direkt auf den Mockup-Generator. Der ist, wie gesagt, ganz, ganz neu. Okay, dort habt ihr jetzt die Möglichkeit, eben Mockups für eure Designs zu erstellen. Alternative Mockup-Generatoren sind natürlich Placeit, hatte ich auch schon mal vorgestellt, kann ich auch noch mal verlinken hier oben in der Infokarte. Und wie gesagt, Wechsels hat jetzt eben auch so ein Service am Start. Ich lade jetzt einfach mal was hoch, dann schauen wir uns das Ganze mal an und gucken mal, was es alles für Möglichkeiten gibt. So, jetzt ist vermutlich das Shirt weiß gewesen. Ich will jetzt natürlich hier den Kollegen schwarz machen, damit wir das auch sehen. Wir gucken hier, das ist natürlich echt geil. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Resize ist hier oben. So, kann ich es auch noch ein bisschen, ah, wow. Das ist schon ziemlich nice. Also das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Ich benutze es hier tatsächlich auch erst, gerade zum ersten Mal. Also ich bin hier die ganzen Features gerade am, ich habe es nicht vorher irgendwie getestet. Das geht tatsächlich flüssiger und besser als bei Placeit, muss man wirklich sagen. Dafür, dass es hier im Abo oder beziehungsweise in der, wenn du den Lifetime-Link nimmst, dass es mit dabei ist, das ist natürlich stark. Cool wäre jetzt noch verschiedene Mock-Ups natürlich. Related Mock-Ups, wir schauen mal hier, Browse-Kategories. So, was haben wir denn hier? Merch and Clothing, Saisonal, Branding, Devices, Food and Drinks. Das ist auch ganz cool. Cool, hier haben wir auch Masken-Mock-Ups. Das ist ganz nice. Und noch verschiedene Damen und Herren. Das kann natürlich gerne auch noch mehr werden. So. Aber das funktioniert schon wirklich gut. Also muss ich echt sagen, wirklich geil. So. Download. Nasa ist Big, Medium, Small. Auch cool. Ja, machen wir mal Original Size und Zaggy. Stark. Wirklich stark. Ich finde es echt gut. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ah, okay. Hier kann ich auch nochmal einen anderen Background. Wir dann holen eventuell den auch ändern von der Farbe. Kann man da was verändern? Nee. Das wäre natürlich nochmal geil gewesen. Vielleicht habe ich die Funktion auch noch nicht auf dem Schirm. Technisch gesehen wäre es kein Problem. Müsste ich vielleicht den Support mal anschreiben. Oder vielleicht entdeckt ihr auch die Funktion, die ich nicht sehe hier bei meinem kleinen Test. Aber cool. Definitiv gute Qualität. Also echt, echt nice, was die hier bieten. Ist ein schöner zusätzlicher Dienst einfach, den man sehr, sehr cool und einfach bedienen kann. Also wirklich geil. Wechselspeed ja noch deutlich mehr. Ihr habt ja, wie ich anfangs bereits sagte, natürlich noch den, ne, das Main-Ding sind natürlich Grafiken. Wir haben jetzt auch ganz viele neue Phone-Cases. Wirklich auch geile Pattern-Designs, die ihr auf Phone-Cases drauf machen könnt. Die Phone-Cases funktionieren ja super mit Merch bei Amazon. Und Wechsels hatte erst neulich noch hier diese PSD-Shirts, scalable PSD-Shirts gelauncht. Was auch eine sehr, sehr geile, also echt ein cooler Service war. Ihr habt hier euer Image, das könnt ihr reinladen. Und dann werden verschiedene Ebenen drüber gelegt, die ihr aber auch nochmal anpassen könnt. Und habt so, könnt ganz individuell coole Designs dann machen. Und von diesen editable PSD-Files sind, glaube ich, 26 oder so hier am Start. Wo ihr wirklich hier echt coole Sachen mitmachen könnt. Wirklich, wirklich geile Sachen. Auch für Leute, die jetzt irgendwo keine Designer sind, die aber Spaß daran haben, solche coole Grafiken zu erstellen, geht es halt ganz cool hier. Hier ist so, so Geschichten. Also diese Tools kann man natürlich auch Designern an die Hand geben. Und dann hast du eine mega geile Qualität für den Designer. Es ist ja auch nochmal, wenn er zum Beispiel solche Arten von Designs nicht liefern kann, dann hat er halt hier nochmal eine geile Grundlage, um das relativ einfach zu erlernen. Also da stocken sie auch immer weiter aus. Das ist, glaube ich, neu nochmal. Also wirklich geil, wirklich geil. Ja, wie gesagt, Wechsels ist ein super Service. Unter dem Video kommt ihr auf den Link zu Wechsels auf meiner Landingpage. Da könnt ihr aussuchen. Der 550er Deal finde ich echt super. Mir reicht der, den habe ich auch. Und da habt ihr natürlich auch Zugriff auf den Mockup-Generator, auf die PSD-Files und auf alle anderen Grafiken, die es bei Wechsels auch gibt. Ansonsten kostet die Subscription eben monatlich. Und lohnen tut sich eben das hier. 200 Downloads im Monat. Für all die Leute, die richtig heftig skalieren, gibt es dann hier mit 2000 Downloads. Das ist halt nochmal eine Ecke, Ecke mehr. In der Regel ist für die meisten das hier dann ausreichend. Aber wie gesagt, ich würde mir definitiv den Lifetime-Zugang für 550 Dollar holen. Das ist preisleistungsmäßig unschlagbar, finde ich klasse. Gut, das war es hier erstmal von mir, von Wechsels. Das war es hier vom Video über den neuen Mockup-Editor von Wechsels. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, hau es einfach ab in die Kommentare rein. Und dann lassen wir doch ein Abo am Start und sehen uns garantiert hier jeden Montag wieder. Wenn du Bock auf Sprint-On-E-Mart-Business hast, dann habe ich auch noch ein weiteres Goodie für dich. Unter dem Link zu Wechsels findest du noch den Link zu einem POD-Kratiskurs, den ich extra für dich gemacht habe. Dort kannst du schon mal in das Business reinschnuppern. Da gehen wir schon mal richtig tief ins Detail, wie du eben mit den verschiedenen Modellen auch Geld verdienen kannst im Internet. Und darunter findest du noch einen Link zu unserer Facebook-Community. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.